Weil der Nationalstaat nicht mehr zukunftstauglich ist und weil wir ein Versprechen einzulösen haben, dass wir auf den Trümmern zweier Weltkriege und am Abgrund des Holocaust gegeben haben, den Nationalismus zu überwinden. Die Einigung Europas. Eine Republik Europa mit einer entfalteten Demokratie und nicht als Verbindung von Staaten, sondern als Verbindung von Menschen, ein Europa der Bürgerinnen und Bürger. Überlegt es euch nochmal.